so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es mal wieder ein unboxing zum mittwoch da kommt wahrscheinlich ja und was hier drin ist das gucken wir uns gleich an nach dem intro was ist los geht 321 so zurück zu mir nach dem intro und erst mal fragt sich natürlich okay dhl was könnte da drin sein aber leute moment leipzig leipzig spreadshirt was nun ja nun ja ich setze euch mal wieder ab so und jetzt steht mein mikro sogar lustig auf dem boden ja das ist wieder so eine schöne verpackung deswegen lohnt sich das so und zwar mache ich nicht viel tera ok da ist ein das interessiert euch nicht nur die rechnung und hätte jeder was gesehen hätte sich da schon was verraten aber leute guckt euch das an ich habe mir gedacht yo es kommt in der kamera mega verstört drüber warte mal ich versuche mal irgendwas mit dem mit dem filter hier zu machen weil es ist okay nicht ins rote so okay ist eigentlich verdammt blau also es ist richtig blau aber das seht ihr gerade in der kamera krön aus naja und zwar habe ich mir hier was bestellt bei spreadshirt und wer könnte oder wem oder wo könnte ich eher bestellt haben als bei meinem besten püro kollege dem daniel ja und ich habe auch extra keine kosten und mühen gescheut und habe extra für vier euro mehr hier so eine versand so eine geschenk verpackung gekauft und ja so machen wir das ja auch das hier raus mal gucken wie süß ist das denn sie ist oder und hier sind dann auch aufkleber aber naja ok ich muss mir einfach sagen yo ich supporte einfach meinen besten freund gerne da haben wir hier nämlich hier püro stuff buttons fünf stück und natürlich dass ich auch immer daniel so ein bisschen bei mir habe habe ich mir auch sein shirt gekauft jetzt bin ich gegen kamera kommen und zwar das sind's i was born weil ich finde einfach dass das mega geiler merch ist und ich finde die meisten youtuber haben dann noch so ein merch mit ihrem name drauf zu dennis püro püro starf so weißt du und hier hast du ja jetzt so richtig was was zu feuerwerk passt so weißt du da steht so die message drauf sind's i was born mit so richtig geilen feuerwerk im hintergrund das kannst du einfach nur richtig geil mit dir tragen und ich finde einfach den merch richtig gut und nein ich werde dafür nicht bezahlt wtf das war es auch schon wieder mit dem kurzen unboxing vielleicht hau ich jetzt noch hinten ran wie das an mir aussieht aber ich finde es wirklich das auf jeden fall dann ein bisschen liebe da und ihr könnt euch auch mal ein paar sachen in seinem shop angucken sie sind auch gar nicht so teuer also die buttons die waren scheiße teuer diese buttons waren scheiße teuer und ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen leute und ich sagen sehen wir uns im nächsten video bis dahin haut rein und ciao bis zum nächsten Mal